Apu Nahasapimapetalon vs. Bart Simpson. Endlich kann ich dir eine gute Pasting geben, ohne Angst der legalen Riepercussions. Könntest du einen Squishy für mich machen, Fatboy? Er kann Blitze regnen lassen, was sowieso schon schlimm ist. Das Schlimmste allerdings, er hat ein Leben mehr pro Kampf. Also definitiv kein einfacher Kampf war das. So, wir sind allerdings jetzt immer noch im Defender Circuit. Ich dachte, Flanders ist eigentlich der letzte. Anscheinend Bart ist der finale Boss hier, warum auch immer. Weil jetzt, wo ich Flanders besiegt habe, ist Bart jetzt kein Problem mehr. Den besiege ich locker. Da erwerbt sich auch nicht großartig gegen meine Lieblingstechnik, deswegen... Ja, wobei er mich Gott K.O. geschlagen hat. Vielleicht soll ich ihn nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, der ist eigentlich kein Problem. Also, ist das nie zufallsmäßig aufgebaut, oder warum kommt der zum Finale? Schön, dass die KI genauso wenig damit umgehen kann, wie der Mensch. Alter, schluss mich nicht. Mal noch ein bisschen draufhauen. Ich guck mal, wie er mit Karate umgehen kann. Bewegt sich viel allerdings, dennoch deswegen. Kein Problem. 1, 2, 3... Oh, tut das gut. Gleich direkt zu gewinnen, ohne noch ein Leben von dem zu erwarten. Wie gesagt, kein Problem ist Bart. Keine Ahnung, warum der als Finale davon bestellt wird. Das ist ja kinderleichter zu besiegen. Zwar nur mit einer Technik, bisher kriege ich einen grossartig dran, aber dennoch. Ich erwarte da keine großen Probleme. So. Wobei ich da ein bisschen mehr kassiere. Das ist vielleicht doch besser. Da kann er mir nichts. Vielleicht kann ich auch die Verwundbarkeit aktivieren. Da muss ich sogar noch etwas leichter. Ich mag es gerne. Perfektion zu erreichen. Vor kurzem habe ich hier zum Beispiel Horizon Zero Dawn, das neue Spiel Plus. Ähm. Wollte ich unbedingt die Trophäen haben, die es dafür gibt. Trophäe ist 4. Ähm. Na toll. Habe ich zum Beispiel auch nicht sehr gut darauf vorbereitet, weil ich auf das Schlimmste gefasst war. Letztendlich war ich noch ein bisschen zu gut vorbereitet, weil ich hatte nicht so große Probleme. Ja. Autsch. Ja, Autsch. Du brauchst gar nicht weiter zusammen. Du bist sowieso gleich weg. Nein, nicht. Yes. Gut, Gandhi. Time for a Champagne Squishy. Damit haben wir es geschafft. Sollte auch die Meldung kommen diesmal. Dass wir es geschafft haben. Hoffe ich. Ja, wie gesagt, ein bisschen trauriges, fast schon langweiliges. Finale. Wie gesagt, Flanders war eine Katastrophe, aber Bart... Bart ist Bart. Meinen habe ich zum Glück rasiert. Oh, doch noch ein Kampf. Apu Nahasa Pima Pedalon vs. Kang and Kodos. Ein einfaches Schlimmste bringt mir keinen Spaß. Das wird eine komplizierte Schlimmste sein. Es ist wirklich eine便宜ische Verkaufung, die so leckerlige Menschen steckt. Okay, jetzt nehmen wir die Außerirdischen. Kein Problem. Dann ist das Finale doch wieder einigermaßen gut. Wobei es sich wahrscheinlich kaum unterscheidet zum Originalkampf. Was? Gegenüber Flanders sind die eigentlich nichts? Da ich ungefähr dieselben Techniken auch benutze, macht der Charakterunterschied auch mehr. Weder Probleme noch besonders Vorteile gibt er mir. Wobei... Wow, Superspeed. Krustys Hammer hat mir doch Vorteile gebracht. Hier Karate weiß ich nicht, wie gut er damit umgehen kann. Müsste ich testen. Wobei ich jetzt in die Mangel genommen werde, leider. So. Alter, lass mich hier raus. Danke. Ich kann nicht über seine Beine springen. Er wehrt sich nicht dagegen. Okay, dann ist... beides vorteilhaft. So. Das hat er ordentlich kassiert. Alter, ich setze erst eine Attacke wieder ein. Ich will ein bisschen zu viel leben. Hast du's jetzt mal? Klar, für den Buchstaben bewegt er sich. So. Den Kampf gewinne ich noch. Ah. Ich darf noch nicht so viele Fehler machen. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit Karate schlägen. Abgehen. Ich darf das denn so hinstellen, dass ich nicht in die Ecke gedrängt werde. Schaff ich's noch? Nein. Spricht ab. Nein! Gib ihm bloß nichts. So. Ist auch eine gute Taktik vorher abzubrechen, weil man sieht, das klappt nicht. Da nochmal drauf zu hauen, damit er liegen bleibt. Zweiter Kampf. Relativ locker. Ich weiß nicht, warum die Musik hier so lange still ist. Es kommt zwar eine gute Stimmung noch rein, aber... Wow, was war das schon wieder? Das er auf jeden Buchstaben bekommt, einfach weil er zehnmal größer ist. Eigentlich immer, wenn er die Attacke macht, immer damit kontern. Das bricht schon ab. Na toll. Was wollte ich was? Äh, Heilung? Nein. So. Muss wieder vorsichtiger sein. Er trifft mich aber jedes Mal. So. Da liegt er wieder. Komm schon, komm schon, komm schon direkt gewinnen am besten. Schön, dass er seine Unverwundbarkeit dafür einsetzt. Dann weiche ich einfach so aus. Schade. Und dann kann ich trotzdem drauf hauen. Aber wie gesagt, wenn er eine Heilung bekommt, das macht es wieder problematischer. Jeden Kampf eigentlich. Auch gegen den schwächsten Gegner könnte ich Probleme bekommen, wenn er sich ständig heilt. Wobei ich nicht weiß, wer der Schwächste jetzt für mich war. Okay, es war beides Heilung. Ich habe die bessere Heilung bekommen, denke ich. Trotzdem, da er mehr Leben von Anfang an hatte, ist es gefährlicher. So. Geh mir nicht auf die Nerven. Alter, stresst mich nicht. Hier ein paar Kung Fu Karate Schläge. So. Ab und ein bisschen ausweichen. Sehr gut. Okay, Energie. So. Und ab geht's. Killen wir den endlich. Muss endlich weg. Die Attacke dauert ja nicht so lange wie die Unverwundbarkeit. Deswegen kann ich früh genug ausweichen. Man setzt eine Speziallattacke ein, die mir auch natürlich nichts kann in dem Fall. Doch, doch, doch. Ich gewinne. Ja. Jetzt kommt Heilung. So. Weg. Yes. Damit haben wir auch das geschafft. Sehr gut. Und noch einmal. Im Champions Circuit müssen wir es schaffen. Okay. Gut. 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 Dann kümmern wir uns jetzt darum. Und da wir Zeit haben können wir direkt weitermachen. Jetzt ist die Frage welchen Charakter. Ja. Gut. 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 Ich dachte schon. Ich dachte schon. Muss ich die mir jedes Mal antun. Warum die mit den Credits so früh kommen? Na ja. So. Champion Circuit. Der letzte normale Modi den wir spielen können. Ganz kurz bevor wir aber hier hingehen. Wir haben alle Charakter auch freigeschaltet übrigens. die freischaltbaren Charakter waren denke ich ab hier. Bumblebee Man. Moe, Frank und Flanders. Ganz kurz. Ich übe nur seine Attacken. Ich will ja nicht ganz unvorbereit sein. Aber ich nehme der denke ich definitiv Flanders. Sein extra Leben. Das ist einfach overpowered. Ich weiß nicht ob ich seine Blitze einsetzen kann. Ob die NPCs mir so viel Platz lassen. Äh. Im Normalfall. Oder ob es überhaupt was bringt. Hier natürlich klar weil ähm. Der Gegner wehrt sich nicht so stark. Aber hier sind die Kämpfe definitiv viel einfacher. Gut aber Flanders kann eigentlich alles was ich möchte. Okay gut. Und dann nehmen wir ihn. Wie gesagt ein extra Leben. Perfekt für den Modus. Ich werde auf keinen Fall irgendwie blöd unvorbereitet kommen. So. Ich erwarte das Schlimmste. Also ab geht's. Ned Flanders. Versus. Barney Gumbel. Ich habe gebeten für eure Sicherheit. Aber ehrlich gesagt. Ein Teil von mir möchte dich sehen. Es wird gesplattert. Nicht Angst. Ich bin einfach verstanden. Und bin sehr, sehr verstanden. Mal sehen. Hat nicht gezählt gell. Okay. Aber Barney sollte natürlich noch leicht gehen. Ja. Ja. Da kassiert er. Oh. Tut gut so mächtig zu sein. Oh. Und wie. So. Was ist eigentlich wenn ich Blitze einsetze. Und ihn betäube. Oh. Jetzt einen Moment aufladen. Gut. Barney wäre sicher ganz. Gar nicht. Okay. Das war leicht. Ich habe es mir aber auch verdient. Mir ist es leicht zu machen. Und direkt. Wobei es erstmals nicht funktioniert. Ich muss tatsächlich. Warten bis sie mich in Ruhe lassen. Wie gesagt. Ich denke. Die anderen lassen mich das eben nicht tun. Äh. Hat auch nicht funktioniert. Okay. Äh. Äh. Okay. Achso. Es lädt sich nicht auf. Ich kann gar nicht betäuben. Meine Energie lädt sich gar nicht viel höher auf. Ja. Und das ist okay. Doch ein kleiner Nachteil hat es. Ja. Da wohnen sie. Bei den Blitzen aber nicht. Ja. Vor allem wenn er im Blitz stehen bleibt. Oh O 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 tut das gut aber ich erwähne es gern noch mal es ist nur effektiv solange ich tatsächlich einsetzen kann die attacke mit dem blitz und sie so schön stehen bleiben wie barney die restlichen werden es nicht tun ich bin vor allem auch interessiert wie wir uns gegen abu und krusty jetzt schlagen unsere vorherigen favoriten der nächste ist homer ned flanders versus homer simpson i have to warn you homer i'm a prime pummeling pugilist unser erz feind ja mal sehen wie wir uns gegen den schlagen dann ist mich in ruhe das hätte ich auch mal ist mir schon schwerer zu zukommen nach schade ich wollte schuhe im klauen genau damit er nicht ausweichen kann jaja ist okay stimmt werden die blitzer aktiv wie sollte ich mich sogar greifen lassen das ist auch sein vorteil er hat nicht funktioniert wieder natürlich mit der ganz normalen attacke kann ich ihn kriegen dann lässt du mich mal in ruhe toll jetzt hause natürlich ab genau jetzt wo ich die technik hatte komm der will doch immer fressen lass ihn fressen genau haha kassier hau mal jetzt läuft's okay gut hat ein bisschen gedauert gegen homer das hat mich etwas besorgt aber wie gesagt meine haupt äh technik warum ich ihn haben möchte ist natürlich sein zweites leben ja hast du den spaß homer ja leg dich hin genau mach es mir noch leichter und weg das ist gut auch um jemanden k.o. tatsächlich zu halten ach so ich habe schon einmal gewonnen na gut haha ein paar bücher ein ding ja wenn er seine esstaktik da macht und meine blitzer schon aktiv sind hilft das denn halt nicht großartig so beide sind kombination perfekt ja da bleibt er stehen und weg haha gegen smithers kann ich mir vorstellen dass ich immer noch probleme habe und gegen lisa die rennt zu schnell aber sonst die außerirdischen hm denke ich nicht wobei ich gegen die nicht die blitze wahrscheinlich einsetzen kann ja mach mal bald haben wir die 100% wobei es nichts optionales großartig gibt nur die ganz normale story äh ich sehe gerade wir sind durch mit dem part dann machen wir im nächsten part weiter mit Bart und damit keine sorge heute ist nicht alle tage ich zog wieder keine frage bis dann tschau bis zum nächsten Mal tschau bis zum nächsten Mal